Hayley Baldwin ist eine Schauspielerin, Model, Instagram-Star und jetzt auch noch offiziell die heißeste Frau der Welt. Das Magazin Maxim veröffentlicht seine alljährliche Hot 100-Liste, setzt Hayley auf Platz 1 und macht sie damit zur Nachfolgerin von Stella Maxwell. Das muss natürlich gebührend mit ein paar hinreißenden Fotos gefeiert werden. Hayley im BH mit herunterhängenden Trägerchen vom Pariser Eiffelturm. Mit bebenden Brüsten in einer sexy Korsage, mit knackigen Jeanshorts oder mit Netzbody und Lackstiefeln. Ihr Sexappeal strömt hier aus jeder Pore ihres Körpers. Via Instagram bedankt sich Hayley für ihren ersten Platz. Wenn die Leute nur wüssten, wie tollpatschig und schrulig ich bin, lautet ihr Kommentar neben dem sexy Cover. Die meisten Schlagzeilen beschert Hayley Baldwin bisher ihre On-Off-Beziehung mit Popstar Justin Bieber. Aus dem Liebeswirrwarr wird 2016 wohl kaum jemand schlau. Erst heißt es, sie seien nur Freunde, dann turteln sie im Liebesurlaub in der Karibik. Mittlerweile sollen die beiden gar keinen Kontakt mehr haben. Wir sind uns sicher, Bieber wird sie spätestens jetzt über den Ausgang dieser Beziehung ärgern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 erw Для Örgeräten